Genossen und Genossen, herzlich willkommen zum grauensten Parteitag, der Taka Tuka Ultras in der Urheide, Reading. Es ist überwältigend, es läuft einem durch Mark und Bein und man kann sich gar nicht entscheiden, welcher denn nun der Lieblingsführer ist. Ja, wissen Sie, da geht es mir genauso. Berlin, wer von euch würde mir entblasen? Das sind unsere Führer. Wo sind Sie jetzt, die Hater? Die Neider? Was wollen Sie dem entgegnen? Wer von euch würde mit uns in den Tod gehen? Darauf kann man nicht oft genug sein. Kann man. Kann man nicht oft genug sein. Wer von euch würde mit uns in den Tod gehen? Wer von euch würde mit uns in den Tod gehen?